Das ist auch anders als in den Filmklischees, in denen Gefangene und Vollzugsbeamte gegeneinander antreten. Wir sind Psychologe, Sozialdienst und Justizvollzugsbeamte in einem. Guck mal hier. Euer Job besteht daraus, Türen auf und zu zu schließen. Die Schluße, Schließer, Wärter. Also im geschlossenen Vollzug ist es tatsächlich so, dass man verdammt viele Türen auf und zu schließt. Zum Arzt, zum Duschen. Beim Frühstück, beim Mittagessen, beim Abendbrot, bei ich brauche eine Rolle Klopapier. Aber weil natürlich auch ein bisschen mehr dazu gehört, als nur die Türen aufzuschließen. Die ganzen Gespräche, die man an der Tür mit dem Inhaftierten führt, die sind viel, viel wichtiger. Und das ist eigentlich ein viel, viel größerer Teil unseres Jobs. Weil man dann auch vielleicht den Menschen irgendwie das Gefühl vermittelt, dass er mit dieser Situation doch nicht irgendwie alleine ist. Ja, gerade in den ersten Tagen besonders kritisch. Das dauert relativ lange für eine Telefonerlaubnis oder eine Besuchserlaubnis. Die sind dann wirklich einfach auf sich gestellt. Und da ist es schon wichtig, dass man da empathisch und vor allem sozial auf den Gefangenen zugeht und dann nicht nur schnell, schnell macht und die Tür wieder zuschließt. Was ist der Unterschied zwischen offenem und geschlossenem Vollzug? Der geschlossene Vollzug, ganz klassisch, wie man es auch aus den Filmen kennt. Die Gefangenen sind auf einer Abteilung untergebracht, die Türen sind in der Regel verschlossen, haben keinen Bezug zur Außenwelt, außer Telefonie oder Schriftverkehr. Und offener Vollzug, da gibt es auch bestimmte Anstalten, also Gebäude, da ist auch meistens ein Zaun drumherum zumindest. Und da bekommt der Inhaftierte aber nach eingehender Prüfung die Möglichkeit, die Anstalt auch mehr oder weniger selbstständig zu verlassen. Um dann draußen zu arbeiten und sich nochmal in die Gesellschaft neu zu integrieren. Um euren Job zu machen, muss man knallhart sein. Ja, auf jeden Fall. Vom Kopf her muss man knallhart sein, also jetzt, wir sprechen nicht von den dicken Muckis, sondern so ein bisschen auch resilient im Kopf sein, weil in der JVA auch einfach tatsächlich was passieren kann. Einen guten Mix aus allem, also Empathie definitiv, man sollte schon ein wenig abgestumpft sein, nenne ich es jetzt einfach mal überspitzt. Wenn man an den geschlossenen Vollzug denkt, da gibt es viele Inhaftierte, die auch mal psychisch auffällig sind, die sich vielleicht selber auch was antun. Und wenn man morgens die Haftraumtür aufmacht und dem Inhaftierten geht es vielleicht dann nicht mehr so gut und man muss erste Hilfe leisten. In dem Fall muss man dann knallhart sein, um das gut durchzustehen. Und knallhart in den Entscheidungen. Und knallhart in den Entscheidungen. Mit demjenigen, an dem er eine Körperverletzung getan hat. Also es soll nicht darum gehen, den Gefangenen nochmal erneut zu verurteilen oder eben den Richter nochmal zu machen. Genau. Durch den ständigen Bezug zu den schrecklichen Straftaten verliert ihr den Glauben an die Menschheit? Und ich persönlich würde mich schwer tun, wenn ich im Jugendverzug arbeiten würde. Weil dann würde ich tatsächlich den Glauben an die Jugend verlieren. Bin ich ehrlich. Da habe ich, ich war leider auf einer Abteilung, die wirklich hart war, wo ich dachte, oh mein Gott, also wenn das das Spiegelbild der Jugend ist, oh Gott, wo sollen wir bitte landen? Man geht kritischer an gewisse Dinge ran, als man es vorher war. Man war wahrscheinlich ein bisschen naiv, weil man mit solchen Menschen oder mit solchen Straftaten keine Berührungspunkte hat. Aber sie sind nun mal da. Aber den Glauben an die Menschheit verlieren niemals. Also dafür machen wir den Job ja auch, damit wir den zumindest dann irgendwann wieder zurückgewinnen. Und es gibt ja auch immer wieder positive Beispiele. Also gerade jetzt bei uns im offenen Vollzug. Wir haben Inhaftierte, die sich aus der Inhaftierung, haben die sich einen Job gesucht. Ich habe letztens noch mit dem Arbeitgeber telefoniert. Die halbe Firma besteht aus Ex-Knackis von uns und die sind alle total glücklich. Also das ist ja das beste Beispiel. Und warum sollten wir dann den Glauben an die Menschheit verlieren, wenn wir doch zwischendurch auch diese positiven Beispiele sehen? Genau. Ach, das war ein schönes Ende. Ja, ne? Das war eine schöne letzte Frage. Verdammt.